So, guten Morgen Willkommen zu Binding of Isaac, ich muss den Sound bei mir anpassen, natürlich in der Aufnahme schon, weil das ja vormachen, das ist ja absurd, so, ich könnte noch Schalenkes machen, aber da habe ich nicht so Lust drauf, und Judas, der muss noch ziemlich viel, Pup, oh Gott, Eve, Eve, ist das eine Hure? Hm, Hezeros, Eden, könnte eine Eden ran machen, mach mal eine gerade Tokenzahl draus, 31 ist so ungerade, so, was habe ich denn, so, Tower, ich kann spielen, ich habe eine Fliege, und ich habe ein Herz, sehr gut, ähm, das Streiten nach einem tollen ran, ähm, mit tollen Mann, ich scheiße, wird ja direkt, Ich habe, nein, das ist kein Item, die Haare, okay, die Haare sind einfach nur Haare, ähm, gut, wir machen, ich muss, ich muss, das muss ich noch mit, ich muss hier noch alles machen, ne, ich habe, Moment, ist das nicht Hasch, Husch, wie auch immer, dann habe ich den den besiegt, gut, kann gar nicht sein, Dies kannst du mir jetzt nicht erzählen, ich war da schon mal beim Herz, echt, hab gecheatet, ähm, gibst du, das, kann mich daran null erinnern, ähm, Und wir finden direkt mal Müll, großartig, ich habe schlechte Start-Items, und ich habe, was sagen wir, ob meine Werte, die sind auch scheiße, sehr gut, Wunderbar, und ich finde das nur ein Drecks-Item, für das ich auch noch Schaden nehmen müsste, wenn ich das haben wollte, es ist, fängt schon mal gut an daran, ähm, Ich bin begeistert, hell auf, Au, Wunderbar, ey, jetzt habe ich eine Fliege, jetzt, nachdem ich getroffen wurde, spawnt die, und ist total nützlich, fast schon ein bisschen, Aber nur fast, Ja, Das ist eine tolle Item-Kombination, Ich möchte jubeln, wenn ich so sehr weinen möchte, er würde wollen, Äh, Magnetik-Tiers, oh Gott, das habe ich jetzt ernsthaft mitgenommen, Bin ich behindert, ey, Ja, bist du, Yep, Das war mein Iden-Ran, Hätten wir das auch abgehakt, Liv hat nur noch gar nichts, Das finde ich so leicht, Diskriminierend, ehrlich gesagt, Hm, Hm, Carina hat auch noch nicht so wirklich viel, Judas, Oh, ich muss noch so viel machen, Nehme sie Pup, Hm, Habe ich jetzt nur bedingt Lust drauf, Na, mach mal, Stehlen wir uns, Ach, Ich hasse es, ich weiß, alles, was passiert ist, ist, dass es dunkel wird, aber ich hasse es, so, 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 kommen wir im Chip, das lohnt es noch nicht so wirklich, Au, Ah, war ja klar, Ich lasse mir das mal ein bisschen treffen, ich habe eh zu viel Herzen, Kennt ihr vielleicht, Oh, Ich lasse nicht, dass ich gleich nochmal treffen, so, was ist denn da drin, Müll, Nein, Ja, nicht ganz, aber, Hm, Das ist fast schon der Shop, Das ist in der ersten Etage, Legt mich am Arsch, Oder lieber nicht, Ne, Das ist mein 6 feet, Was, Nein, Ähm, Und wir bekommen, Natürlich, Was denn auch sonst, Items oder was, Spinnstuhl, Spaß, So, Was haben wir denn da, Einen schönen Itemraum, Hat er auch ein schönes Item für mich, Box of Spiders, Spielen, Danke, Das habe ich mir gewünscht, Ich habe mir gedacht, Boah, Jetzt eine Box mit Spiders drin, Das wäre schon geil, Äh, Ich werfe ein paar Münzen in den Automaten, Ich werfe keine Münzen mehr in den Automaten, Aber schön, Dass wir darüber geredet haben, Und, Machen wir ja noch, Und, Was hat das Spiel nur gegen mich, Ja, was, Was hat mich jetzt getroffen, Bitte schön, Hä, Was hat mich da jetzt getroffen, Mh, Oh ja, Das ist, Das ist toll, Ähm, Ich mache sogar halbwegs Schaden, Mit den Dingern, Aber ich bin halt auch schon, Halbwegs tot, Danke, Mh, Mh, Curse is unknown, Ja, Damit kann ich leben, Ähm, Das war ein sehr lange ran, Das bringt mir halt beides nichts, Weil ich halt nur in diesem Ding da schießen kann. Ein Schub-Doh-Wub, das ist nicht so das, was ich mitnehmen möchte, ehrlich gesagt. Ach, ich hasse es. Das ist so ein bisschen Kacke. Mit den richtigen Items könnte das gut werden, aber die muss man halt auch erst mal finden. Das wird jetzt sehr viel Fail werden. Also alles wie immer. So, hallo. Ah, toll. Ich habe ein schwarzes Herz ausgegeben, um ein schwarzes Herz zu bekommen. Und Schlüssel. Ich freue mich. Ich brauche noch Kohlen, Mann. Kohlen brauche ich noch, um zu heroen, meine Items. Ich muss mal aufhören, mich anzufurzen. Ich möchte nicht bringen. Das mache ich. Das ist jetzt nicht so der Fetisch, auf den ich stehe. Ankacken geht ja, aber anfurzen ist dann schon irgendwie ekelhaft. Okay, lassen wir das. Ich esse hier. Na, das hoffe ich doch. Merkt euch, immer erst essen, bevor ihr mal in den Displays guckt. Äh, immer essen, während ihr mal in den Displays guckt. Oh, das schadet mir noch natürlich. Das ist auch, wenn man mal in den Displays guckt. Äh, habe ich einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel sogar. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das wäre irgendwie gut. Dann kriege ich vielleicht sogar die Kiste. Nein, 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 nein. Absolut nicht. Die kriegst du nicht mehr. Moment mal, der hat doch vorher noch nicht gebrannt, verdammt. Ja, Geld ist schon mal gut. Oh, Lack ab. Wie siehst du mal, mit dem Lack aus eine Bombe zu bekommen? So eine meinte ich jetzt nicht, aber hat auch funktioniert. Gehen wir mal in den Bossraum, wir gehen in den Bossraum. Auch nicht schon wieder hauen. Okay, diesmal ist die normale Version, aber trotzdem. Ich hasse hauen. Also später geht der, aber am Anfang ist das halt. Was? Heransprungen die Kugeln? Machen die doch sonst nie gemacht. Hä? Die Fliegen haben doch sonst noch hinterher und sprungen keine Kugeln. Was soll der Unsinn? Spiel. Hör auf, Dinge einzuführen. Na, man kann die nicht. Ich glaube nicht, dass wir das Kind haut. Dass wir die da oben halten können. Hauen das mit der, wenn ich sogar der verfickst, schissenste Boss, den ich im ersten Stock behalten kann, glaube ich. Stimmt mir jetzt einfach mal zu, wenn nicht, habt ihr keine Ahnung. Oder kann man was Schlimmeres als Hound haben im ersten Stock? Na, großartig. Guck mal, ich hab ein HP ab, ey. Können wir mal eine Begeisterung hören. Irgendwie gehen jetzt erstmal ein paar Items wiederholen. Ich brauch schon eine Bombe. Vielleicht krieg ich auch was gut. Als ob. Messer funktioniert, glaube ich, eh nicht. Das ist Kisses. Müsst ihr wenigstens einen hauferoten Herzen. Herze. Gut, ich sehe es nicht, aber was willst du denn machen? Was willst du machen? Was willst du tun? Das ist auch schon seit zehn Jahren nicht mehr lustig. Hallo. Mal wieder sterben. Ich brauch dringend irgendwas. Das ist mehr Schaden mehr als das hier. Was ist denn da drin? Damit kann ich meine Dings verdoppeln. Aber damit kann ich Fliegen herbei beschwören. Ich hab irgendwie ja gehofft, dass da jetzt Bomben drin sind. Zu früh. Aber hey, ich hab schon mal ein Gooby-Item. Brauch noch zwei. Die ich nie bekommen werde. Fliegen ist ein bisschen so dünn halt einfach nur. Nur Fliegen ist halt einfach... Also nur Fliegen zu spawnen. Nicht fliegen können, nur Fliegen zu spawnen. Ist halt ein bisschen dünn. Ey, die Bombe, die ich von ihnen gebraucht hätte. Kommst zu spät. Jetzt ist auch... Jetzt ist es auch egal. Kommst zu spät. Zumindest wir keine Zeitmaschine haben. Dann könnten wir zehn Minuten früher kommen. Weil... Au. Weil wozu ausweichen. Oder längere Zeit zurückreifen. Das ist immer toll, wenn man... Filme mit Zeit draußen guckt und dann irgendwie so... Ja, zehn Minuten vorher, das reicht schon. Warum sollte man ja... Ein Tag vorher kommen oder sowas. Das wäre ja völlig idiotisch. Das würde auch kein Mensch, der bei der Stand ist, tun. Oh, ein Funker. So, habe ich hier überhaupt eine höhere Wahrscheinlichkeit irgendwie... ...der will dieses bekommen. Ich meine... Sie ist doch irgendwie... Sie sieht ziemlich dämonisch für mich aus. Blaue Steine, aber keine Bomben. Kann ich mich einfach den Verband abnehmen? Wäre das nicht einfacher? Dann kann ich das nicht tun. Ja, ich habe halt keine Feuerpower. Ja, das muss sein. Das ist einfach gerade grauenhaft. Ich hoffe, ich finde noch genug, um wieder aufzuladen bis zum Boss. Das kann es dir gerade nicht geben, nur mit einem Schuss. Das geht ja gar nichts. Kannst du mal aufhören, so Scheiße in der Ecke zu hängen? Ach, das ist einfach nicht wahr. Ich habe jetzt zweimal... Okay. Wie ich jetzt auch irgendwie... Das wird doppelt alles andere auch okay. Ich bräuchte jetzt noch ein paar andere Kombinungen. Ausnahmsweise möchte ich mal ganz viele von diesen Freunden Dingern haben. Und es reicht natürlich nicht mehr, um noch zum Boss zu kommen. Ach ja. Monsters Lunge wird nicht funktionieren, oder? Mein Gott, das funktioniert. Okay. Jetzt wird es langsam interessanter. Ich habe halt immer noch keine Bomben. Warum habe ich keine Bomben? Ah. Oh. Okay, das harmoniert alles. Das ist sehr gut. Ach, Dogfood. Außerlich. Nehme ich glaube ich sogar mit. Mega Devil wollen wir heute eh nicht besiegen. Ne, das wollen wir wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal, wenn ich noch ein paar Items freigeschalten habe. Das harmoniert alles. Das wusste ich nicht, dass das... Das ist natürlich dann... Dann ändert sie die Sache. Oh mein Gott. Ich kann zweimal Monsters Lunge haben. Mal angenommen, ich würde es schaffen, die Kiste nochmal aufzuladen. Könnte ich das dann nochmal verdoppeln? Hätte ich dann vier. Und wäre das dann genauso eklig, wie es klingt? Ne, ich hoffe es ist doch. Ist ein bisschen schwierig zu ziehen, weil man halt immer gucken muss, wo das Ding steht und nicht wo man selbst ist. Wow. Und weil man natürlich spielt wie ich, dann ist das natürlich doppelt schwer, weil ich habe einen High-Skill-Pro-Hardcore-Modus aktiv und ich spiele also absichtlich so schlecht, damit es schwerer wird. Sollte ich das Spiel schon durchgespielt mehrfach. Ähm. Als ob... Ja, da war noch Toleranz. Ich habe ja ein Herz. Mal wissen. Okay. Ich brauche ein ganzes. Solltest du mir nicht irgendwie Herzen geben? Au, was da? Nein. Ah, ich bin gleich tot. Jetzt habe ich ein gutes Item gefunden und dann verdecke ich noch. Ach, komm schon. Fick dich. Moment, Herz, was? Wo? Wie sagst du mir das nicht spielen? Musst du eine Nachricht machen und Pfeile einblenden und... Oh Gott. Nein! Fick dich doch. Ja, spawn noch mehr. Brauch Herzen. Du solltest mir Herzen spawnen, du scheiß Drecksding. Dafür habe ich dich mitgenommen. Genau deswegen. Und weil das andere Item auch nicht wirklich besser war. Ach. Gib mal Kusch hier. Hm. 2 Milliarden Kugeln durch Treff. Trotzdem nix. Der Wahnsinn! Hm. Nein. Alter. Ich komme halt kaum ran hier ran, weil... ...ich halt ständig wieder weg muss. Das Ding halt immer hinter mir ist und nie irgendwie mal... Ach, wieso kann ich das Ding nicht selbst steuern? Ich hasse das. Deswegen hasse ich so mitnehmbare Freunde, weil die... ...ich halt überall immer rumeiern und ich da muss immer braucht. ...ich halt immer Kusch. Danke. Wir leben noch. Natürlich lebt hier noch. Warum auch schon? Ach, endlich. Ich gebe mir ein Herz, Alter. Ein halbes. Ich brauche ein ganzes. Och Gott, jetzt schon ihr. Spinnt ihr wohl. Hört ihr auf mit dem Scheiß. Warum bist du nicht geladen? Ich bin jetzt schon wieder auf Puls 180. Gut, ich fange auch bei 170 an. Irgendwie macht mir Gesichtssorgen. Nicht. Nein. Hilf weh. Ach, ich brauche ein bisschen HP ab, glaube ich. Ich brauche Holy Shield. Das wäre es jetzt noch am. Holy Shield oder ich weiß nicht. Sensen. Ich hätte gerne Sensen wieder. Ich weiß nicht. Ich mag Sensen. Sensen sind ein tolles, Alter. Boah, gib mir ein Herz, Alter. Was soll ich denn mit dem Dreck jetzt spielen? Kannst du das mal klären? Irgendwas gibt, was ich nicht gebrauchen kann in solchen Dreck. Kann man nicht einfach die ganzen schlechten Items wegspielen. Du startest mit 2 Milliarden schlechten Items. Und jedes Mal, wenn du irgendwie was freischalltest, wird ein schlechtes Item entfernt. Das wäre viel lustiger. Schub lohnt nicht. Und einen Treffer kann ich pro Raum ausgleichen. Danach wird es schwierig. Schnauze da unten. Gut. Jetzt haben wir nur ein paar Herzen an. Das ist was im Angebot. Gucken wir mal rein. Nee, selbst wenn, dann scheiß, möchte ich nicht kaufen. Spend mal ein wenig Geld. Kriegen wir eine Ball? Ah, bald haben wir eine auch noch mal voll. Sehr gut. Sehr gut. Was? Werde das jetzt bitte schon überlebt? Aber, fick dich doch. Fiegt dich doch einfach nur. So, ich habe sogar Bomben dabei. Muss ein Bug sein. Mal ganz entspannt hier, Leute. Entspannt habe ich gesagt. Schießen wir hierher. Hierher. Nee, das ist er nicht. Schießen wir hier unten hin. Hey, du. Komm mal her und schieß da unten hin. Hey, du. Ach, geh sterben. Alles muss man hier selbst machen. Naja, dann ist er nicht mal gleich drauf. Was? Ach nein, ich habe die Pille. No, warum benutze ich das? Ich habe die falsche Taste schon da gedrückt. Ich wollte dich voll Pfosten. Ja, toll. HP down. Genau, was ich wollte. Kann man nur so... Jetzt soll ich mal aufhören, Junge. Super, ich habe zweimal Monsters Lunge am Start und kriege ihn trotzdem nicht tot. Äh, fuck you. Ich meine zweimal. Ernsthaft. Danke. Tschüss. Evil Up. Großartig. Hallo, hier hast du Bomben. Weißt du, ein Monsters Lunge ist ein schönes Item. Und das reicht nicht ganz, Spiel. Du musst da noch ein bisschen was drauflegen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wieso bist du denn jetzt wieder nicht geladen? Mein Gewehr ist ständig nicht geladen. Ich muss mal einen Selbstlader kaufen. Oh Gott. Ich müsste mal HP kaufen. HP abkaufen. Nehme ich die Zecke mit? Ne. Vielleicht doch. Vielleicht heute ganz klug. Nein, 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 nein. Nein, nein. Zu viel Zeug. Zu viel Zeug, zu komplexe Muster. Also, die haben zu komplexe Bewegungsmuster. Das heißt, dass man das, äh, äh, nennenswert, äh, vorherstellt.